So Leute! Herzlich Willkommen! Christine ist da drauf! So, das da ist so ein Berg. Und was kommt auf den Berg? Der Strand von Rio de Janeiro. Ja, wir kommen auch gleich zu dem, was ich eigentlich zeigen wollte. Und zwar spielt man hier Volleyball mit komischen anderen Gliedmaßen. Ja, ganz cool. Das ist hier angeblich in Brasilien erfunden. Ja, da geht's jetzt schon los mit dem Anstoß mit dem Fuß. Und die können alles bewegen quasi dreimal. Und dann holen die den wahrscheinlich mit dem Kopf immer ein bisschen rüber. Stell ich mir ziemlich schwierig vor. Aber man muss auch sagen, die Brasilianer sind echt gut in solchen Sachen. Also ich habe hier auch schon Frauen gesehen. Unglaublich! Den schießt den Ball zu, die nehmen den an, zack, bumm, bang! Unglaublich! Richtig krass! Und ne, die Männer sind ja in Brasilien sowieso ziemlich fußballbegabt. Schon cool! Schon cool! Ja, wir sind hier gerade in Coca-Cabana. Treffen gleich jemanden Couchsurfing. Soll einfach mal so ein Eintrag werden. Aber vielleicht kriegen wir hier nochmal einen hübschen Popo von einem Mädel raus. Aber ich sag euch, das ist hier ein Leckerli. Aber okay, sieht man vielleicht eher schlecht. Aber ja, vielleicht kriege ich ja nochmal Fotos für meine Arbeitskollegen. Und ansonsten haben wir hier noch jemanden, der sitzt hier. Hallo! Wer ist denn das? Stell dich doch mal vor! Super! Mich gibt es auch gleich noch, aber nur ganz kurz. Erst nochmal hier ein super Anstoß. Ah, schön! Oh, aus! So, jetzt komm ich nochmal! So! Ja! Haha! Ja! Also dann, Leute! Man sieht sich! Bye, bye! Nommaschön! Auf die Aussicht hier! Guck mal dahinten sind auch Berge, herrlich, herrlich, herrlich! So wunderschön hier! Das ist so wunderschön hier!